Oh, hallo, herzlich willkommen zum Transfer-Report, dem Format für brandheiße Gerüchte und eiskalte Analysen. Wir behandeln kritisch, jeden Fall, und kommen am Ende zu einer Konklusio. Es ist schließlich Sommertransfer-Fenster und viele Fälle sind auf einem Schreibtisch gelandet. Jetzt geht's los. Robert Lewandowski, der polnische Superstar, hat das gesagt, was Ziegenzüchter im Freistaat sagen würden, wenn durch mysteriöse Art und Weise alle männlichen Tiere verschwinden würden. In Bayern kein Bock mehr. Er will weg, aber es gibt ein kleines Problemchen, denn die Münchner verhalten sich wie ein sehr ungeduldiger Pizzabäcker bei einem Behandeln des Hefeteiges. Sie wollen ihn nicht gehen lassen. Mit aller Macht will er nach Barcelona und die wollen ihn auch. Aber, klassisches Kindergarten-Problem, nicht genug Knete. Prognose? Barca erhöht das Angebot noch und Lewandowski wechselt für 50 Millionen. Okay, was? Nein! Bingen! Runter vor beim Rasen. Timo Werner. Das Transferfenster von Chelsea gleicht sehr enthusiastischen Zuhörern amerikanischer Funkmusik viel Bewegung bei den Blues. Bald ist ja WM und da braucht er, was ein kindgebliebener Zahnarzt braucht, Spielpraxis. Doch wo könnt ihr die bekommen? Ein Tauschgeschäft mit Juventus Turin steht im Raum. Ist die alte Frage wie beim Blinded im Seniorenheim. Wird die alte Dame Werner auch bekommen? Prognose? Nein! Timo Werner muss bei Chelsea bleiben und sich wohl durchbeißen. Bingen? Bingen? Sascha Karlajcic. Prognose? Sascha Karlajcic wechselt zu einem Mittelklasse-Team in der Premier League. Bing! Boah, mega wichtige Akten. Die lege ich mal hier hin. Heiß aber. Hey! Nein! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist wie jemand sehr penibel ist, wenn es um die Auswahl des Trinkbehälters geht. Er will den Henkelpott und sonst nichts. Das wird schwierig. United hat sich nicht viel Champions League qualifiziert. Sie spielen nur Europa League. Was jetzt? Chelsea, Roma, Bayern. Man könnte meinen, Cristiano Ronaldo hätte Objektophilie, denn er flirtet mit vielen Top-Adressen. Neuer Trainer von United, Ten Hag, ist wie ein sehr findiger Casino-Mitarbeiter, denn er möchte den Spieler gerne behalten. Prognose? Cristiano Ronaldo bleibt bei United und gewinnt dafür die Europa League. Bing! So. Sauber. Schön bei Gorillas bestellt. So. Wieder mal alles perfekt ermittelt. Glas klar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Transfers habt und warum die zustande kommen. Das war's vom Transferreport für dieses Transferfenster. Bis bald Leute. Und bleibt neugierig. Herzlich willkommen zur Endcard. Hier wird auch ermittelt. Und zwar ist irgendwo ein Abo-Button. Den müsst ihr unbedingt drücken. Und wenn ihr noch einen Transferreport sehen wollt von letztem Transferfenster, klickt auch aufs Video. Und darunter ist noch ein anderes Video von den Ermittlerkollegen von Funk. Bis bald Leute. Ich wünsche euch was. Bis bald.